Hallo, hier ist Ranzi aus dem Sponsoring-Team. Ich arbeite seit 2017 bei Ecsthetics und heute empfehle ich euch eine meiner Lieblingslocations. Das ist nämlich die Ecsthetics Challenge mitten in Deutschland. Der Offroad-Pub ist extrem cool. Hier findet ihr neben der abwechslungsreichen Landschaft auch sumpfige Wälder und vor allen Dingen gibt es extrem viel Schlamm. Das macht richtig viel Spaß mit Freunden das zu machen und es ist dadurch eine extreme Herausforderung. Ich freue mich auf jeden Fall, euch nächstes Jahr da zu sehen. Ecsthetics. Ein Team. Ein Ziel.